»Hast du Meg gefunden?« fragte Thomas More, als Nick zurückkam. »Ja, Sir. Sie hat gesagt, wenn der Alte die Pest oder das Schweißfieber hat, werden wir alle zugrunde gehen an eurer Mildtätigkeit.« »Sie ist eine gute Seele, meine Meg. Sie fürchtet lediglich, dass ich es mit der Mildtätigkeit zu weit treibe und uns an den Bettelstab bringe. Sie denkt, es mangle mir an Vernunft.« »Ich weiß, Sir.« Aber Nick war überzeugt, Lady Meg sorgte sich unnötig. Sir Thomas war in der Tat großzügig mit Almosen, aber er war auch reich. Und kein Mann, der den Blick für das rechte Maß je verlor. »Komm, mein Junge, lass uns ein Stück am Fluss entlang gehen.« Sir Thomas wandte sich nach rechts, wo der Uferpfad nach hundert Schritten in ein lichtes Wäldchen eintauchte. »Hier, nimm du das Buch wieder.« Er drückte es Nick in die Hände. »Vielleicht wird sein Gewicht dich überzeugen, dass es letztlich doch leichter ist, den Inhalt im Kopf mit sich herumzutragen.« Nick nahm es bereitwillig, aber er antwortete nicht. Sir Thomas warf ihm einen kurzen Seitenblick zu. »Du weißt, dass Schweigen dem Gesetz nach als Zustimmung zu deuten ist, nicht wahr? Ist das nicht ein törichtes oder gar gefährliches Gesetz?« »Inwiefern? Nun, es gibt viele Gründe, die einen zum Schweigen zwingen können. Loyalität, das Gewissen, das Bestreben, einen anderen zu beschützen. In solchen Fällen muss man schweigen, obwohl man gerne Einwände erheben würde. Wenn das Gesetz aber sagt, Schweigen bedeutet Zustimmung, dann wird der Schweigende per Gesetz missverstanden.« »In dem Fall muss er sein Schweigen vielleicht brechen,« entgegnete Thomas More. »Loyalität, das Gewissen oder der Wunsch, einen anderen zu schützen, sind redliche und gottgefällige Motive, aber vor Gericht geht es in erster Linie darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.« Nick blickte zum Himmel auf. Dunkle Wolken zogen heran und nach wenigen Augenblicken verschluckten sie die Sonne. Nick fröstelte. »Du schweigst ja schon wieder, Nikolas,« zog Sir Thomas ihn auf. »Mir scheint, du bist niedergeschlagen.« »Nein, Sir Thomas, aber ich beginne zu ahnen, dass dieser gemeinsame Spaziergang kein Zufall ist und nichts Erfreuliches zu bedeuten hat. Das macht mich vielleicht ein wenig nervös.« »Wie kommst du darauf?«, fragte Sir Thomas neugierig. »Ihr seid Richter, Gelehrter, Mitglied des Kronrats und Ratgeber sowohl des Königs als auch seines Lord Chancellor. Ihr habt so viele wichtige Dinge zu tun. Darum kann ich mir kaum vorstellen, dass ihr zum Zeitvertreib meine Gesellschaft sucht.« »Ich fände es bedauerlich, wenn der Eindruck entstanden wäre, ich hielte eine Unterhaltung mit den Studiosi meiner kleinen Schule für Zeitverschwendung.« Es klang eine Spur pikiert. »Unschuldbewusst.« »Von den zwölf Studiosi eurer kleinen Schule, wie ihr sie zu nennen beliebt, wären elf klügere Gesprächspartner als ich, wie ihr sehr wohl wisst, Sir. Ihr wollt mich nach Hause schicken, nicht wahr?« »Ja, es ist so. Lass mich dir die Gründe erklären, mein Junge.« »Oh, ich kenne die Gründe, Master Wilford hat völlig recht. Ich habe einfach nicht das Zeug zum Gelehrten. Und es gibt zu viele Jungen in England, die einen Platz in eurer Schule mehr verdient haben als ich. Du hast mich unterbrochen und unterstellst, meine Gedanken zu kennen. Das ist ebenso ungehörig wie gefährlich.« »Tut mir leid, Sir. Die lose Zunge ist ein Familienübel.« Der Pfad schlängelte sich näher ans Ufer. Ein halb verfallenes Ruderboot lag mit dem Kiel nach oben im Gras. Sir Thomas nahm auf dem Rumpf Platz und forderte den Jungen mit einer Geste auf, es ihm gleich zu tun. »Es mangelt dir nicht an Verstand, Niklas. Aber ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass du nicht zum Gelehrten geboren bist. Ihr habt recht, Sir. Und obwohl ich diesen Ort und die Menschen hier vermissen werde, verspürt ein Teil von mir Erleichterung. Aber es wird eine bittere Enttäuschung für meinen Vater sein.« »Das glaube ich nicht. Ich denke eher, er wird dir hoch anrechnen, dass du zwei Jahre lang so hart gearbeitet hast. Er mag zerstreut und weltfremd sein, aber dennoch kennt er seine Söhne. Im Übrigen ist er der Grund, warum ich dich bitten will, nach Hause zurückzukehren.« »Mein Vater? Ist er krank?« »Nein. Es ist schlimmer. Ich fürchte, dein Vater ist ein Ketzer.« »Er ist kein Ketzer, Sir. Nur weil er manchmal mit Lutheranern auf dem Kontinent korrespondiert, heißt das doch nicht, es ist besser, du sprichst nicht weiter.« Unterbrach Moore. »Was ich nicht gehört habe, kann ich vor keinem Gericht wiederholen, nicht wahr?« Nik spürte einen eisigen Schauer seinen Rücken hinabrieseln. »Mein Vater ist kein Ketzer,« wiederholte er mit Nachdruck. Sir Thomas nickte. »Wie alt bist du, Niklas?« »Vierzehn, Sir. Nächsten Monat, am 22.« »Ah, an St. Andrew.« Sir Thomas lächelte flüchtig. »Und der Jahrestag der Schlacht von Bosworth?« fügte Nik hinzu. »Ach, richtig,« murmelte Sir Thomas. »War es nicht dein Urgroßvater, der die gefallene Krone unter einem Dornbusch gefunden und sie dem siegreichen Henry Tudor aufs Haupt gesetzt hat?« »So berichtet es unsere Familienlegende,« räumte Nik ein. »Wenn es wirklich stimmt, haben die Warringham nicht lange gebraucht, um vom Gipfel des Ruhms zu stürzen und in Bedeutungslosigkeit zu versinken.« »Das verbittert dich?« »Nein, Verbitterung wäre ein zu großes Wort dafür. Vielleicht ist es mir ein wenig peinlich, aber ich denke, das ist alles.« »Gut so,« lobte Sir Thomas, »es beweist, dass du dich nicht um weltliche Eitelkeit scherst.« »Vierzehn also. Ich hätte gedacht, mindestens sechzehn.« »Aber daran können wir nichts ändern. Du musst nach Hause gehen und ihn zur Vernunft bringen, denn auf mich wird er nicht hören, fürchte ich.« Nik schüttelte mutlos den Kopf. »Auf mich erst recht nicht. Die meiste Zeit vergisst er, dass es meine Geschwister und mich überhaupt gibt. Er lebt in einer völlig eigenen Welt.« »Dann musst du ihn wachrütteln. Du weißt, was er riskiert,« sagte Thomas More eindringlich und ließ den Jungen nicht aus den Augen. »Er muss Vernunft annehmen.« »Aber könnt ihr ihn nicht beschützen, Sir Thomas? Ihr wisst doch, dass er harmlos ist. Und er ist euer Freund.« Thomas More's Blick war voller Mitgefühl, aber ebenso unerbittlich. »Er ist mir teuer,« räumte er ein. »Aber kein Ketzer ist harmlos, Niklas. Und kein Ketzer kann jemals mein Freund sein.« »Das Eisen ist heiß,« sagte der Constable, und das Funkeln in den Augen verriet seine freudige Erwartung. »Hier ist ein Mann, der seine wahre Bestimmung gefunden hat,« murmelte Isaac. Der Constable legte die Hand um den Griff des langen Brandeisens, das in einem Kohlebecken lag, hob es hoch und zeigte den Zuschauern das rotglühende M. Ein beifälliges Raunen ging durch die Menge. Die junge Frau am Pranger fing an zu schluchzen. Sie stand leicht vorgebeugt, Hals und Handgelenke steckten in den dafür vorgesehenen Löchern. Ihr Kleid war mit Flecken übersät, wo die Dreckfladen und sonstigen Wurfgeschosse der Umstehenden sie getroffen hatten. Sie hatte die Augen zugekniffen, und so sah sie nicht, wie der Constable das Eisen hob. Zielsicher drückte er es ihr mitten auf die Stirn, und die Verurteilte stieß einen langgezogenen Schrei aus. Die Schaulustigen applaudierten und johlten. »Das war's. Deine zwei Stunden sind um, Mädchen,« sagte der Constable und zwickte sie in die linke Brust, ehe er den Bolzen zurückzog und die hölzerne Zwinge aufklappte. »Und jetzt hör schon auf zu flennen. Wir hätten dir auch ein Ohr abschneiden können. Verdient hättest du's.« Die Leute von Sheepside begannen sich zu zerstreuen. Die junge Frau richtete sich langsam auf und teuckelte nach links, gefährlich nah an den Rand der erhöhten Plattform. Isaac stieg die Stufen hinauf und nahm ihren Ellbogen. »Komm, Sarah!« »Mir ist so schlecht!«, flüsterte sie. »Das wird wieder!«, entgegnete er und gab sich Mühe, unbekümmert zu klingen. »Jetzt lass uns erst einmal von hier verschwinden!« Sarah zitterte am ganzen Leib. Das war der Schock, nahm Isaac an. Oder womöglich auch die Kälte. Das dünne Kleid war kein ausreichender Schutz gegen den ruppigen Wind. Aber Isaac hatte seinen Umhang zu Hause vergessen und konnte ihr deshalb nur seinen Arm anbieten. Das Mädchen stützte sich darauf und ließ sich von der Plattform helfen. Sie gingen die belebte Straße entlang. »Wo willst du mich hinbringen?«, fragte Sarah. Ihre Stimme klang dünn. »Keine Ahnung«, gestand er. »Wo kannst du denn hin?« »Nirgends.« »Was hast du angestellt?« Sie brauchte ein Weilchen, ehe sie es fertig brachte, ihm zu antworten. »Ich... ich hab die Oldleys vergiftet, meine Herrschaft. Sie sind aber nicht gestorben. Und ich wollte sie auch nicht umbringen. Sie sollten sich nur mal ein paar Tage so richtig elend fühlen, so wie ich und alle anderen, die für sie schuften müssen.« »Und? Hat es geklappt?« Isaac konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sarah nickte. »Aber das war nicht wert, mein Leben zu ruinieren. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir auf die Schliche kommen. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was aus mir werden soll, Isaac.« Das Brandmal auf der Stirn würde natürlich verheilen, aber keine Haube würde es je vollständig verdecken. Dafür war es zu groß. Von heute an würde jeder, der Sarah sah, auf den ersten Blick wissen, dass sie etwas Abscheuliches ausgefressen hatte. Denn das M stand für »Missetäter«. Sie würde nie wieder anständige Arbeit finden, egal, wohin sie ging. Isaac riff nach seiner Börse, öffnete sie und nahm Sarahs schwielige Hand. Ihre Nägel waren ganz abgekaut. »Das hatte sie als kleines Mädchen schon gemacht, als sie in die Krippe gekommen war«, erinnerte er sich. »Ein Waisenkind von Königin Marys Gnaden.« Isaac ließ seine Pennies in ihrer Hand klimpern. »Hier, das kann ich nicht annehmen«, protestierte sie halbherzig. Er winkte ab. »Schon gut. Morgen ist Sonnabend. Da verdiene ich immer gut beim Pferderennen in Mile End.« »Du wettest?« Er schüttelte den Kopf. »Ich reite. Die Londoner Gentlemen lassen es sich etwas kosten, wenn ihre Gäule ein Rennen gewinnen.« Er verschwieg, dass er seinen Lohn gelegentlich gleich wieder verlor. »Beim Hahnenkampf oder bei der Bärenhatz, auf die er leidenschaftlich wettete.« Sie waren an der Einmündung zur Thames Street angelangt, wo wie üblich ein hektisches Durcheinander herrschte. Fuhrwerke, Reiter und Fußgänger drängten sich auf der Straße. Und viele fanden einen Moment Zeit, um die Magd mit dem frischen Brandmal auf der Stirn zu begaffen. Zwei Burschen spuckten auf die Straße, kaum dass sie sie passiert hatten. Sarah war stehen geblieben und starrte furchtsam auf das Gewimmel. »Isaac, was soll ich nur tun?« Sie war bleich, ihr vormals hübsches Gesicht wirkte eigentümlich starr. Sicher schmerzte die Brandwunde höllisch, doch was ihr vor allem zu schaffen machte, war die Furcht. »Es wird bald dunkel. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.« »Kennst du das Savoy?« fragte er. »Du meinst die Ruine draußen vor der Stadt, wo die Beutelschneider und Straßenräuber und solches Gesindel hausen?« »Es gibt schlimmere Orte, wo du landen könntest.« »Weil ich jetzt selbst zum Gesindel zähle,« sagte sie fassungslos. Er hob kurz die Schultern und nickte. »Im Savoy gibt es einen Kerl mit einem Holzbein. Geh zu ihm und bestell ihm einen Gruß von mir. Er wird dir weiterhelfen.« Er küsste sie auf die Wange. »Viel Glück, Sarah.« Es dämmerte schon, als er die Kaufmannsvilla an der Ropery erreichte und das Tor war verschlossen. Isaac klopfte an und nach wenigen Augenblicken öffnete ihm der Diener, der die Pförtnerkarte bewohnte. »Danke, Hugh.« Isaac trat über die Schwelle. »Wo wart ihr denn nur wieder? Euer Onkel ist in Sorge. Heute Mittag ist ein Bote aus Warringham gekommen und kurz darauf schickte euer Onkel ein paar Leute aus, euch zu suchen. Ohne Erfolg, weil ihr wieder einmal nicht dort wart, wo ihr sein solltet.« Isaac antwortete nicht. »Warringham.« Nichts vermochte ihm so abrupt Bauchschmerzen zu verursachen wie dieser Name. Wütend stieg er die Treppe zur Halle hinauf. Seine Tante und sein Onkel saßen mit ihrem Sohn und einem Fremden am Tisch. Aber ehe Isaac sie begrüßen konnte, flog etwas wie eine Kanonenkugel in einem grünen Kleid auf ihn zu und im nächsten Moment klammerten sich zwei Arme um seinen Hals. »Isaac! Gott sei Dank!« »Isabella!« Er strich seiner zwölfjährigen Schwester über den Rücken und drückte die Lippen auf ihren dunklen Schopf. Ihr Gesicht war an seinem Hals vergraben und er fühlte eine warme Nässe. Isabella war der einzige Mensch auf der Welt, den Isaac vorbehaltlos liebte. »Unerschütterlich, bedingungslos und abgöttisch.« »Vielleicht hättest du die Güte, dich zu uns zu gesellen, Isaac. Wo Gott schon ein Wunder gewirkt und dich nach Hause geführt hat,« lud sein Onkel Philip ihn ein. Isaac befreite sich behutsam aus Isabellas Umklammerung, nahm ihre Hand und führte sie zum Tisch. Seine Tante Laura saß neben ihrem Gemahl. Ihre Augen waren gerötet, so als hätte sie geweint. Ihr Sohn Cecil saß ihr gegenüber, und der Mann neben ihm, den Isaac zuerst nicht erkannt hatte, war Jasper Pembroke, der Sohn des Stewards von Warringham. Isaac setzte sich neben ihn und zog Isabella auf den freien Stuhl an seiner Seite, weil er sie in seiner Nähe haben wollte. »In Warringham sind die Pocken ausgebrochen,« berichtete Jasper. »Der Neffe Lepidot ist krank. Er... Womöglich kommt er durch, es ist noch zu früh, um sicher zu sein, aber... Er hat sein Augenlicht verloren. Isaac wollte schlucken und konnte nicht. Blind. Lepidot war sechs Jahre alt und blind. Jasper sah ihn an. »Dein Bruder sagt, du musst nach Hause kommen.« Das war wirklich das Allerletzte auf der Welt, was Isaac wollte. »Was könnte ich denn tun?«, fragte er. Eine erbärmliche Abwehr. »Etwas völlig Neues, Isaac,« gab sein Onkel zurück. »Du könntest Verantwortung übernehmen und die Belange deiner Familie ausnahmsweise einmal über deine Wünsche stellen.« »Ja, das klingt großartig, Sir,« konterte Isaac. »Ich wette, ich wäre eine richtig große Hilfe. Wer weiß, vielleicht kann Lepidot ja wieder sehen, wenn ich ihm die Hand auflege.« »Du gottloses Schandmaul, wenn du...«, fuhr Master Durham auf, doch seine Gemahlin unterbrach ihn. »Philip, bitte!« »Es ist niemandem damit gedient, wenn ihr wieder streitet.« Der mächtige Kaufherr mäßigte sich. »Wo hast du wieder gesteckt?« »Gott, muss das wirklich jetzt sein?«, gab Isaac zurück, wandte sich an Jasper und fragte, »Wer ist sonst noch krank? Ist es schlimm?« Jasper nickte. »Bislang niemand sonst von eurer Familie. Meine Eltern und Geschwister sind auch noch gesund, aber meinen Onkel, den Stallmeister, hat es erwischt. Im Gestüt ist es am schlimmsten.« Master Durham erhob sich. »Isaac, ich rede mit dir. Würdest du mich gütigst nicht ignorieren?« »Ich wähnte dich in der Krippe. Du hast in der Nacht vor Aschermittwoch an der Bankside eine Wirtshausschlägerei angezettelt und bist vor dem Richter gelandet. Ich habe dein Bußgeld bezahlt, nicht zum ersten Mal, und du hast eingewilligt, während der Fastenzeit in der Krippe zu arbeiten, um mich zu entschädigen. Weißt du überhaupt, was ein Ehrenwort ist? Was es bedeutet?« Isaac sprang auf. »Ich war dort!«, rief er wütend. Es war eine Buße, die ihm wenig ausmachte, denn er war gern in der Krippe. Sie war ein Waisenhaus, das sein Vater, sein Onkel und einige andere Gönner gestiftet hatten, lange vor Isaacs Geburt. Die Krippe nahm elternlose Straßenkinder auf und behielt sie, bis sie alt genug waren, um für sich selbst zu sorgen. Weil dort Vieh gehalten und ein großer Gemüsegarten bestellt wurde, war jede Hilfe willkommen, und Isaac hatte keine Angst davor, sich die Hände schmutzig zu machen. bis zum Glück City land zieht. Dort wurde er und dass für Sie sich die Fähigkeiten gemerkt haben kann, dann ein anderes Dachten. und sie wagten. Deine Ahren